Finden Sie Balken und Metall mit dem Zircon Multiscanner L350 Wandscanner. Verwenden Sie immer eine brandneue 9 Volt Alkali-Batterie mit einem Verfallsdatum, das mindestens drei Jahre nach dem aktuellen Datum liegt. Es gibt drei Modi. Statscan, um die Balkenmitte bis zu einer Tiefe von einem Zentimeter zu finden, Deep Scan, um die Balkenmitte bis zu einer Tiefe von 38 Millimetern zu finden, und Metallscan, um Metall bis zu einer Tiefe von 75 Millimetern zu finden. Es verfügt außerdem über ein hintergrundbeleuchtetes Display für schwer einsehbare Stellen, eine Batteriestandanzeige und eine Wire Warning Erkennung, um Sie auf das Vorhandensein von Wechselstrom aufmerksam zu machen. Um Balken zu finden, wählen Sie den Statscan oder Deep Scan Modus. Das Display zeigt an, wann Sie eine Balkenkante gefunden haben und der Spotlight-Zeiger leuchtet, wenn Sie die Mitte gefunden haben. Um Metall zu finden, wählen Sie Metallscan. Die Zielanzeigebalken verändern sich, wenn Sie sich dem Metall nähern und der Spotlight-Zeiger leuchtet, wenn Sie sich dem Ziel nähern. Informationen zum Eingrenzen der Ergebnisse finden Sie in den Anweisungen unter dem Punkt Interaktive Kalibrierung. Zum sicheren Befestigen von Regalen und Schränken und zum Scannen von Fliesen. Kaufen Sie Ihren L350 noch heute.